So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, denn heute war der Raid Day, beziehungsweise da ist noch der Raid Day, wie ich das gerade sehe. Der geht ja eigentlich 14 bis 17 Uhr, ihr seht an den restlichen Arenen hier in der Umgebung sind noch Raids. Wir haben heute wieder gestreamt, 14 bis 16 Uhr, wir waren zwei Stunden unterwegs, haben unsere Route gelaufen, die wir schon bei Proto Groudon, bei Proto Kyogre hatten. Damals mit Gästen, heute nur mit Pupsi und Jonas, also Jonas im Kinderwagen, Pupsi hat er übernommen mit zwei Handys, immer ich mit einem Handy, aber den Kinderwagen geschoben und alles hin und her. Das Wetter war super, es hat wieder mal Spaß gemacht, ich sage dazu, mir ist komplett egal, welches Pokémon den Raid Day kriegt, es macht Spaß, die freien Pässe wegzumachen, in einer kleinen Tour bei gutem Wetter, Spaziergang, frische Luft, perfekt. Wir haben wieder beim Volkshaus gestartet, ich möchte euch jetzt gleich nämlich die Ausbeute zeigen, möchte noch mega Scaraborn entwickeln, ja, 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 aber Gott sei Dank nochmal an Sarina, ist das überhaupt hier, heißt das Sarina? Ja, Blood in Fears heißt das eigentlich, Dankeschön an die Sarina, Blood in Fears, weil die mir das Raid Day Ticket gegeben hat, sodass ich nochmal 8 zusätzliche Pässe hatte, zu den 5 zusätzlichen Pässen, die jeder gekriegt hat, zu den 2 Standard Pässen, die man momentan in der Jahreszeit jetzt bekommt. Und man ja auch den einen Pass von gestern noch hätte heute mitnehmen können, aber die mache ich ja immer direkt weg. Es war also genügend Material da zu raiden, wir sind wieder Route gelaufen, einmal vom Volkshaus, dann durch den Park, 3 Stück, Theater vorher mitgenommen, beim Gericht hinten 2 und dort haben wir Rast gemacht, haben gewartet, bis die Stunde um war, um wieder beim Gericht 2 zu nehmen, 3 beim Englischen Garten im Park und dann in der Stadt die letzten 3 zu machen, beim Schloss Elisabettenburg und eben dem Marschstall, diesem Pferdestall und der Mutter-Kind-Statue. Das haben wir jetzt schon 3 Mal so gemacht, das funktioniert wunderbar, es hat Spaß gemacht im Stream, mit dem Chat, mit den Leuten dabei, Pupsi hat immer mal gesagt, da ist ein Shiny auf deinem Account, dann hat sie wieder gesagt, da hast du schon wieder ein Shiny auf deinem Account. Und bei dem, mit dem ich geradet habe, dem Habanero, mit dem ich auch die Videos mache, den ihr sehen müsst, was wichtig ist, da war lange Zeit nichts. Wenn ich jetzt aber mal hier reingehe, Adi, nein, es läuft noch. Jedes Mal, wenn der Adi nämlich hier hoch hüpft und bei der Tastatur auf die Leertaste kommt, dann ist die komplette Aufnahme fort. Ich wusste nie, woran es liegt, jetzt weiß ich es, dass das dadurch geht. So, wenn wir jetzt hier rüber gehen, sehen wir hier Scaraborn. Wir geben mal kurz ein, Alter, 0 und, äh, ein bisschen Unzeichen, und, ich schreibe mit dem halt nie, das ist das Gute, wir haben 15 Scaraborn Rates gemacht, 15 Rates und ihr seht schon, ein Shiny. Wenn ich es mal nach WP sortiere, ist das Shiny sogar das Beste. Alle hatten Wetterboost von 21,25 bis 21,93 hochwärts. Bevor ich das jetzt aber mache, möchte ich erstmal gucken nach XXL. Da ist kein Scaraborn dabei und XXS ist auch kein Scaraborn dabei. Jetzt gehen wir hier wieder drauf und möchten jetzt bei den Scaraborn das, ähm, bewerten vom Kleinsten, vom Schlechtesten bis zum Besten. Das ist fast das Schlechteste, was man haben kann. Das ist ein 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10 wäre das Schlechteste. Dann ging es weiter, ihr seht hier auch deutlich, dass es ein männliches, deswegen hat das da oben so ein T, ja, obwohl es eigentlich anders aussieht. Das ist ein weibliches, das hat ein Herz. Wem das noch nicht aufgefallen ist bei Scaraborn, da kennt man deutlich den Unterschied zwischen Mann und Frau. Männliches hier mit so einem richtigen Dreizack, weibliches eher mit so einer Herzform da dran. So, dann sind wir immer noch im Zweierbereich, wenn wir hier durchgehen, hier rüber scrollen, hier rüber scrollen. Da haben wir schon drei Sterne, da haben wir auch drei Sterne, da bilden sich schon die Treppchen. Es geht schon auf 21, 67 los. Wo haben wir den ersten 15er? Da 21, 71 ist schon ein dreisterniges mit 15 Angriff. Dann haben wir auch wieder drei Sterne, auch wieder 15 Angriff, bei 75 hier ein 87er. Aber 15 Angriff, ich hoffe, das Shiny hat auch 15 Angriff. Boah, der sieht gut aus, der fetzt. 21, 93, 15, 15, 11 ist das Beste. Ist ein Shiny, ist männlich. Was ist das beste weibliche? Ich würde vielleicht das männliche Shiny und dieses weibliche entwickeln. Also eigentlich war mein Plan, das höchste, beste entwickeln und ein Shiny entwickeln. Jetzt ist aber das Shiny sowieso das höchste und beste. Dann könnte ich eben als zweites, damit ich auch die Unterschiede bei den Farben sehe, mal ein... Äh, ein... Ja, was ein? Was ist das überhaupt? 2654. Das habe ich, glaube ich, mal getauscht. Getauscht von Jason Form Keats. Der hat das mal getauscht. Das ist ein schlechter Level, oder? Den brauche ich nicht. Das ist aber auch ein weibliches. Das würde mir jetzt sagen, ich entwickle das einfach als weibliches. Weil das hat schon ein gutes Level. Da musst du gerade nichts pushen, um das Level hochzuhalten. Und entwickeln das männliche Shiny. Dann habe ich ein Shiny, männliches, mit gutem IV. Hier den Pokédex-Eintrag von Mega. Kommt nach 4144. Hat jetzt Kampf und Käfer. Käferstrutz. Vielender. Da mache ich mir gleich den Tag auch dran. Mega, dass ich weiß, dass ich das immer entwickeln kann. Wir brauchen jetzt aber noch das Shiny und entwickeln das eben auch. Da weiß ich nämlich nicht, wie es aussieht. Ist das einfach nur so rosa dann. Das sieht ein bisschen aus wie Mega Man. Mit den Armen und dem ganzen Zeug. Das finde ich nicht schön. Ich muss sagen, Scaraborn finde ich cool. Das Shiny Scaraborn. Wenn man ein Auge zudrückt. Ja, es hat was. Mega Scaraborn. Sieht halt aus wirklich wie ein futuristischer Mega Man. Aber das Shiny Mega Scaraborn finde ich nicht schön. Obwohl, warte mal. Der hat einen gelben Rücken. Hey, habt ihr gesehen, dass der einen gelben Rücken hat? Jetzt weiß ich nicht, was der andere hat. Also das finde ich jetzt nicht so schön. Aber ich habe es jetzt entwickelt. Und die werde ich auch immer mal entwickeln. Ich habe jetzt hier 3.225 Mega Energie noch übrig, nachdem ich zwei entwickelt habe. Das heißt, wir hatten 3.625 Mega Energie bekommen aus allen Sachen heraus. Was ich noch gucken will, ich habe alle Sonderbonbons verbraucht gehabt und alle XL. Wie viel habe ich jetzt wieder? 30. Ich habe durch die Rates heute 30 Sonderbonbons bekommen. Die packe ich jetzt alle ins Zarude rein. Zack. Das XL Sonderbonbon, das eine. Es gab eine erhöhte Chance mit dem Ticket auf XL Sonderbonbons. Ich habe eins bekommen. Aus 15 Rates habe ich ein XL Sonderbonbon bekommen. Mit der erhöhten Rate zu Sonderbonbons XL. Ansonsten 30 Normale. Und die packe ich eben alle ins Zarude, weil Zarude ist mein nächstes Projekt, was ich ein bisschen habe. Das kam ja aus dem Ticket von Borki. Das hat auch 15 Angriff. Das sieht auch gut aus. Das möchte ich dann auch mal hochziehen. Zumindest erst mal auf Level 40. So, ansonsten war das jetzt mein... Ich kann euch nämlich nichts weiter zeigen. Wir haben euch die Scaraborn gezeigt. XL, XS, männlich, weiblich, shiny, entwickelt, passt. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob es jetzt einen Unterschied gibt bei männlich, weiblich, wenn man es zu mega entwickelt hat. Aber ich glaube fast nicht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nur hier. Ich sehe ja im Hintergrund jetzt immer auch den Schatten. Würde sagen, dann war es das von meiner Seite aus. Hier muss auch noch mega dran. So. Wie sieht es bei euch aus? Wie viele Rates habt ihr am Raid Day gemacht? Ich habe wirklich nur die freien Pässe weggemacht. Durch das Ticket waren das 15. Danke an Sarina. Ohne die hätte ich halt nur sieben Rates gemacht. Dann wäre das auch so gewesen. Stream hat Spaß gemacht. Wetter hat gepasst. Wir werden jetzt noch Pizza bestellen. Dann Serie schauen. Und wie viele Shinies habt ihr bekommen? Habt ihr einen Hunderter bekommen? Habt ihr eins entwickelt? Was habt ihr entwickelt? Warum habt ihr es entwickelt? Das ist also mein Bestes von heute. 3.405 direkt auf Level 25. Weil alle durchgehend Wetterboost hatten. Das war es. Peace out, Vorhaut. Euer Ramse. Peace out, Vorhaut.